Start der, ja, Start der Aufnahme jetzt. Ein Feuer brennt in mir, meine Flamme ist schon hell, der Schein ist grell. Was ist denn jetzt los? Hallo, oh, Meister, ihr seid schon da. Wir nehmen doch schon auf, Jungen. Ja, ach so, ja. Mal auf mit diesem kindischen Gedudel, jetzt geht's wieder ab in die Kluft. Ja. Kluft der Prüfung. Ist es schon heiß? Ja, ich würde das Fenster aufmachen. Aber warte mal, ist es auch draußen echt gutes Wetter? Und wir haben uns heute gedacht... Was? Bei mir gar nicht. Echt? Nee, bei mir ist es nicht schlecht. Ich ziehe auch mal meine Jacke aus, ne? So. So, äh, Meister? Heutige Lektion, sei ruhig. Heutige Lektion, Feuer und Flamme. Wir gehen auf die Borderlane mit Anni und Brand. Damit der Schüler auch mal merkt, was es heißt, mit ganzer Flamme zu kämpfen. Mit Loderner Leidenschaft. Ja, genau. Sehr schön. Fängt gut an. Ja. Ich hab mir jetzt, äh, einen Wälzer gekauft, aus, äh, unerfindlichen Gründen. Ja. Kann man machen, ist aber scheiße. Ja, aber du hast gesagt, Full AP gehen. Deshalb dachte ich mir, äh... Das ist gut. Ja, deswegen... Hätte ich besser Dorans genommen. Naja, ich sag mal, der Meister sagt Full AP und das ist das Item, was du dir am Anfang kaufst mit der höchsten AP-Ratio. Von daher flamme ich dich nicht. Na, danke. Danke, Meister. Auch wenn natürlich ein Dorans Ring dir noch vielseitigere Fähigkeiten hätte geben können. Zum Beispiel Mana-Regeneration. Ja. Nicht zu unterschätzen. So, jetzt, bevor ich wieder geflamed werde, welchen, welchen, äh, Spell soll ich? Ich, ich mach ja hier gar nichts mehr alleine. Ich frag ja alles, ne? Ja. Äh, ich würde... Weißt du, wo, in welche Himmelsrichtung soll ich klicken? Äh, Nord-Osten. Ne, skill den E. Den E? Ich hätte jetzt wieder den Wege-Skill, siehst du mal. Ja, das Ding ist, den E kannst du halt direkt auf den Gegner drauf machen, kann da nicht ausweichen. Und, guck mal hier. Oh, da ist jemand drin. Ne, dem Gamebar direkt, komm. Muss Mutti zur Tat. Was ist denn das? Äh, ich meine, ja. Das war Brand. Ja, das weiß ich. Äh, nicht Bart, meine ich, war das. Ja. Äh, wir werden hier uns wie... Komm, dem Gamebar, den Gamebar. Oh, du ruft da. Jawoll! Deswegen skill den E. Jetzt bin ich ein bisschen zurück. So. Also, ich muss... Ich will dir kurz erklären, wie wir dann nachher kämpfen. Ja, jetzt bin ich gespannt, weil wir sind ja mit Doppel-AP. Du machst den E auf den Gegner. Ja. Und dann versuchst du, ihn mit dem Q zu treffen. Weil der Q stunt ja nur... Dann stunt den, ja, ja, genau. Äh, wenn vorher ein Zwell getroffen hat. Mit dem E triffst du zu 100%. Deswegen machst du dann schön... Wie soll ich den Lasted nicht bekommen? Pass mal auf, dass du nicht hier Free-Damage fängst. Also, du gehst... Du lässt... Ja, du lässt dich sehr doll poken. Okay. Wir machen folgendes. Wir warten, bis ich meinen nächsten Stun hab. Und dann gehen wir all-in, ja? Schön mit Flash alles drauf. All-in. Und ich hab noch Reel, ja. Oh, neue Stufe. Dann kommt die Q gleich auch noch mit dazu. Das ist gut. So, bist du bereit? Ich stun als erstes und dann musst du nachlegen. Wobei, gerade viel... Bist du bereit? Ja, 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 ja. Ich hab Flash. Oh, nee, warte, wir warten die Wave-Up. Die macht zu viel Schaden. Nimm nochmal einen Heal-Pod, falls du hast. Nee, hab ich nicht mehr. Okay, du kriegst ganz viel Damage von der Wave-Guard. Da sind locker jetzt 100 Leben weg. Was ist los mit dir? Konzentrier dich. Ich krieg keine Last-Hits, weil der Meister mich alle wechnimmt. Ja, wir teilen das brüderlich auf. Ja, davon merkt ich noch nix, lieber Meister. Du bist du bereit? Ja. Und go. Hau alle drauf. Ah, da waren die Vasallen dazwischen. Jawoll! Jawoll! Komm mal hin, ich bat, ich hau mich weg! Was? 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 Er ist tot. Wo, wodurch? Er kam von hinten, ist durch die Tower gerannt. Hast du das nicht gesehen? Nee, ich war so... Warte, wir sind auf Twitch gegangen und ich mach's mal nach. Er ist hier angekommen und hat vier Torschots gefangen. Er ist gestorben. Er wollte uns von hinten ganken, oder was? Ja, schlechter Support. So, soll ich mir jetzt noch den Doransring holen? Nee. Du holst dir jetzt... Dann geh ich jetzt direkt auf die Rabadon? Ja. Nee, warte, du musst das kleine Ding erstmal ausbauen. Und zwar... Nee, warte, ich sag dir den Namen. Wie der ist? Ähm, Leandris Qual, beziehungsweise vorher geisterhafte Erscheinung. Das kann man gut auf Brand bauen. Le... 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 Leandris... Ries... Pfeil. Genau. Okay, Meister! So, angezündet den Bengel. Bin wieder unterwegs. Verdammt. Flash ist zwar aus. Ja, ich hab den Twitch schon wieder, äh, rausgenommen. Hä? So, äh, Dunkelpfeil schreibt übrigens... Achso, ja. Während ich laufe, lese ich mal vor. Eine weise Entscheidung des Meisters. Im letzten Moment noch dein wahres Potential zu erkennen. Das, äh, spielt er auf... LOL! Was? Mach grad beide! Jetzt wartet doch mal auf mich. Shit, shit! Ich hau ab! Gib ihm! Rumpel! Ja, ich versuch's ja. Rumpel! Aber ich bin nicht schnell genug. LOL! LOL! Ich bin der Meister der Kluft! Der Meister! Praise Meister Schlitz! Ich habe beide weggehauen beim zweiten ohne Mana. So muss man das machen. So! So! Und nicht anders, Kinder! Habt ihr alle aufgepasst? Ja, ich push mal den Tower. Lieber Rumpel, hast du aufgepasst? Ja, ich hab aufgepasst. Äh, darf ich jetzt weiter vorlesen? Ja, bitte. Bitte. Das war der Hammer. Eine weise Entscheidung! Ja. Warum redest du wie ich? F-st du mich nach? Ich doch nicht! Außerdem ist das mein, mein, mein Moderationsstil schon seit langem. Ja, ah! Nee! Deshalb passen wir so gut zusammen. Oh! Oh, Nivea! Oh, ah! Hab' ich vergessen. Nivea! Die sollte man unbedingt dabei haben. So, darf ich jetzt endlich mal meinen Kommentar vorlesen? Ja, natürlich, bitte, Rumpelchen. Eine weise Entscheidung des Meisters, im letzten Moment noch dein wahres Potenzial zu erkennen. Trotz Zweifel und Ärger hat er dir völlig selbstlos die Möglichkeit gelassen, um den Weg zu deiner Bestimmung zu finden. Ob diese darin liegt, die Lehren des Meisters zu perfektionieren und ihn sogar von seinem Thron zu stürzen? Fragezeichen! Was? Ich verbitte mir solche Theorien! Ich fände die ja nicht ganz plausibel. So, bist du bereit hier für Zerstörung? Oh, komm. Gehen wir ihm noch. Und den! Da rennt er! Da rennt er aber echt. Aber ich hab' leider irgendwie mit dem Crew komm' ich immer nicht durch, weil wir immer... Ja, wir müssen jetzt mal Druck machen, ja? Ja, weil wir immer in den Vasallen stehen. Wir machen jetzt mal hier richtig Druck. Ach, hätt' ich doch nur Klarheit dabei. Ich mach' dich total fertig. Guck mal. Ja, ich seh's. Aber du hast keinen Mana mehr, ne? Nee. Und jetzt haben wir einen Tower-Shot gefangen. Hätt' ich doch nur Klarheit, wollte ich grad' sagen. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Na, ich hab' keinen Mana. Sehr schön! Aber ich mach' ihn trotzdem. Warte, hier. Der will auch noch. Uh, nice. Die Mana war fertig, Rumpel! Aber sowas... Die Flamme ist hell! Also eigentlich nur ich, aber... Was?! Ich hab' zwei Kills! Ich mach' Dampf! Guck mal hier. Da will die, äh, Dings hier auch nochmal was haben. Aber sie kann nix! Oh, ein Spell für einen Minion zu machen ist aber nicht, äh... Nicht gut, ja, ich weiß. Herr Haushalt, ist du schlecht mit deinem Mana rum. Ja, ja, ja. Jetzt... Jetzt fängt der Mana zu leben. Ja, ja! Halt, leck mich am Arsch! Ich hab' Ulti! Ja, oh, damit können wir gleich Party machen. Es läuft gut heute. Dafür, dass ich 10 Minions nur... Die Flamme lodert hell. Genau, das Feuer erstrahlt über die Kluft. Was ist dies? Das sind... Das ist von Bart, sein Heal. Ja, ja, genau. So, ich könnte nicht... Bart, Heal, genau. Irgendwelche Symbole auf der Map. Der Bart, der neue Held. Kennt ihr den nicht? Natürlich! Das sind so Blumen, die müssen sich entfalten. Ja, das weiß ich. Lotosblüten. Ja, genau, das sind Lotosblüten, die müsst ihr doch kennen. So. Bist du bereit für ein Wein? Also, wir machen jetzt folgendes. Ja. Ich stun den Jungen. Und dann haust du einfach alles drauf. Bist du bereit? Mach die Ulti einfach drauf dann. Ja, ja, genau. Okay, go. Oh, warte. Oh Gott. Ich hab noch Heal. Aber jetzt noch nicht. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ich mach's jetzt. Ja. Alle drauf. Zündung! Da lodert wieder was. Da lodert es hell in ihm. Der Junge hat kassiert. So, ich geh mal zurück. Ich geh auch zurück. Geh auch zurück. Best Shyvana EUW. Sagt er über sich selbst. So. So, Schuhe sind wichtig. Dann kriegen wir sie immer am Sack. Ja, Schuhe würde ich mir jetzt auch noch holen. Das war mein Plan, Meister. Genau. Genau. Du baust Liandris fertig und dann kannst du auf Rabadons gehen. Eigentlich hätte Soge gereicht, wenn du erstmal nur geisterhafte Erscheinung baust. Also, normalerweise machen wir keine halben Sachen. Ja, die Flamme muss hoch erleuchten. Ne, das muss immer schön durch sein. Medium ist nicht. Es muss sein wie Ostern. So. Und lodern überall. Jihihihi. Jetzt ist er gleich sauer. Guck, der schreibt. No Gangs. Siehste mal. No thanks, no Gangs. So, bist du bereit? Ja, bin ich. Direkt wieder Terror. Flaschen oder was? Der Warwick kennt nicht unser Potenzial, der kassiert. Oh, der ist aber nicht gestunnt. Ey, jetzt aber. Oh fuck. Oh Gott. Twitch auf K. Du musst mit deinem Mana besser haushalten. Ich hatte jetzt gar keine Probleme noch mit meinem Mana. Du tankst wieder eine Wave? Das ist zu viel Free Damage, den du immer fängst. Als ob der frei wäre. Der kostet mich sehr viel. Kannst du da warden? Ja. Soll ich? Ja. Jetzt machen wir. Der ist nicht im Busch. Doch der ist im Busch. Nein, der ist doch nicht aufgedeckt, der Busch. Mach da nochmal schnell ein W rein. Mach da nochmal ein W rein. Ein W? Auf den Twitch. Okay. Was ist das denn? Bist du frei? Sehr schön. So will ich das sehen. Muss mal ein bisschen Farmen nachholen. So, ich werd gleich wieder ein Tibbers draufhauen. Ich hab auch Ulti. Klopfst du direkt den W und E nach? Jawohl. Und Ulti. Vor allen Dingen die Ulti. Ja. Komm, ich geh einfach mal durch. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ja, ja. Ich bin dabei. Okay, reicht schon. Auf die WoWing, WoWing, WoWing. Ja, ja, ja. E und Stunt. Ah. Wow. Schade. Ja, zu viel Minions. Schade. Kam grad die Wave. Aber der Gedanke war gut, ne? Zwei Gegner und... Warte, der ist so down. Hier, guck mal. Bam! Heep! Oh! Okay, jetzt mach ich die weg. Pass auf. Ne, dann mach ich den weg. Ah! Ah! Okay. Kriegen wir nicht. Man muss... Man muss frühzeitig immer abbrechen, wenn Klaas das macht. Läu! Rumpel, mach sie! Nein! Der hatte so viel Heal gerade. Ah. Ich hab dich gebaitet. Schon wieder. Ja, ich hab... Moment. Ich will nur mal wiederholen. Nee, die kriegen wir nicht. Kommentar von xcrazyzockerX. Obacht, Meister Schlitz. Euer Schüler entfaltet sich bereits wie die Lotusblüte im tobenden Sturm. Wenn der Schüler schließlich besser wird als der Meister, was eines Tages immer der Fall ist, das stimmt nicht. Dann... Stimmt wohl! Gefahr! Nein! Ihr kennt nicht meinen... Absatz! Pssst! Natürlich! Schon viele Meister wurden im Schlaf von ihren Schülern umgebracht! Bitte? Ich muss sagen... Am Anfang der letzten Folge habe ich dir, Rumpel, eine zweite Chance gegeben. Und ich habe langsam Angst, dass du das Ganze missbrauchst. Was machen die Shivane? Ist die blöde! Schön! Schön! So, wir machen hier nochmal den... Gray gerade, ne? Oh Gott! Miroslav war das! Richtig bloß! Ja! So! Der Meister macht jetzt folgendes! Zerberstung auf dem nächsten Level! Hahahaha! 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 Schon wieder! Was war los eigentlich heute? Wuhuhu! Huuu! Das macht Spaß! Das macht wirklich Spaß! Meister! Eure Lehren zeigen Wirkung! So viel steht fest! Oh Gott! Oh Gott! Eheheheh! Hahahaha! Ich will auch wieder mitmachen! Ich kämpfe gegen Vierrumpel! Wo ist mein Schüler? Der Schüler war unten den Farm! Holt er auf! Kommentar von Fusseflausch! Was schreibt denn? Hopp hat sich verhurt! Wir wussten alle, dass das so kommt! Was?! Ja, das ist wegen der Brille! Weil er glaubt, dass das Bezahlung sei! Das ist Quatsch! Dabei sind ja die Reissäcke Bezahlung! Ja! Eben! Nix hier Huren! Ich steh auf Reis! So! Keine Huren! Ich steh auf Reis! Mach die weg jetzt! Ja, ja! Ich würd ja gerne! Du hast kein Mana! Ne! Das ist grade gar nicht das Problem! Eher die Reichweite! Was ist eigentlich mit dem scheiß Warwick los, dass er dich so dreist heilen kann? Ja! Der kann das gut! Ne? Der kann das echt gut! So! Ich geh mal mit der Shyvana mit! Die ist nämlich auch gut! Ja! Glaub ich nicht! So! Ich werde jetzt zerbersten durch die Mitte schreiten! Oh! Mach den! Mach den! Oh Gott! Mach nur noch einen anderen! Ja! Ja! Ich hab mein Ulti auf den Dings ausgesehen geklickt, glaub ich! Das war nicht gut! Ja! Ja! Ich bin abgelenkt, weil der Meister nicht in der Nähe ist! Okay! Den nehm ich! So! Lecker! So! Jetzt machen wir die Mitte durch! Oh! Da um! Wir helfen ihm! Rinn! Oh! Wow! Wow! Hahaha! Easy! Ja! Genau! Das ist die Mentalität! Da noch easy schreiben! Hier ist noch einer! Der will auch noch kassieren! Oh! Der kriegt jetzt auch! Das ist fast schon zu einfach! Ja! Ne? So ist das nach der fünften Lektion hier! Hahaha! Das dauert nicht lange! Dann kannst du den Führerschein machen in der Kluft! Ich muss mal zurück, weil ich hab keinen Mana! Ja gut! Ey! Warte! Äh! Blubuff! Wann ist denn der ab? Oh! 4 Minuten! Ja! Dann gehen wir zurück! Ich brauch noch 40 Gold! Dann kann ich mir den Lernstab holen! Dann ist die richtige Zündung! Ja! Ich überleg, ob ich mir jetzt doch erstmal was fürs Mana hole, weil ich so schnell immer down bin! Aber... Ja! Oder du versuchst... Äh! Ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt die Qual komplett kaufen! Ich glaub... Ja gut! Das könntest du machen! Ja! Das ist schon mal ganz gut! Dann nehm ich einfach jetzt Mana Tränke noch mit! Genau! Das kannst du machen zum einen! Zum anderen kannst du gucken, dass du immer den Blubuff bekommst! Wenn du Schwierigkeiten hast mit Mana outside! Und... Dritte Option! Ähm... Versuchen zu farmen nur mit Auto-Hit! Ja! Das ist schwierig bei ihm, weil er so langsam ist! Ja gut! An die Auto-Hit... Da waren die Blüppetsch jetzt aber ein bisschen zu... Äh... Muss man sich halt gewöhnen! Zu vorlaut! Oh oh! Der... Den neuen Helden habt ihr ins Herz geschlossen, wie ich sehe! Ja! Das ist übrigens eine andere Fähigkeit! Der kann so Tunnel erstellen, die sehr weit ziehen! Das weiß ich doch! Das weiß ich doch! Komm her du! Komm her! Komm zu Papa! Treib die! Treib sie zu mir! Jawoll! Jetzt nehmen wir sie Rumpel! Jawoll! Da saß der Stun! Und euch! Ey! 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 Der wär meiner gewesen! Komm mit! Komm mit! Den machen wir! Ja! Du musst anfangen mit dem Stun! Du musst anfangen mit dem Stun! Jo! Sauber getroffen! Nicht! Was? Nein! Hahaha! Dammit! Was ist hier los eigentlich? Hahaha! Läuft gut in der Kluft der Prüfung! Ja! Weil der meiste die ganze Zeit trollt! Oder heißt es etwa der Lulli Prüfung! Ey! So! Komm den gehen wir! Zack! Hahaha! Der Schock! Dammit ey! Komm hau alle draus! Oh Gott! Komm der Tibbers geht jetzt drauf! Uhu! Komm den Tower! Ja! Das Feuer ist eben... OP! Hier kommt noch jemand! Der will auch gestumpt! Ja der will! Ah pass auf! Jetzt läuft der Tower nicht! Haha! Guck mal der Tibbers macht die alleine! Hahaha! Auah! Auf den Turm! Ja der Tower hat mich! Wieso eigentlich mich? Ich bin überhaupt gar nicht! Ey! Weil deine passive die Diana verbringt! Achso! Oben! Oben! Ja! Okay! Können wir da in den Rücken gehen? In den Rücken können wir gehen! Oh den kriegst du! Weh! Weh! Sehr schön! Und gleich den nächsten auch noch! Ach schade! Ja auf den Twitch! Ne! Okay! Schade! Hahaha! Hahaha! Jo! Kann man machen! Nice! Nice! Die Shyvana lebt auch immer noch! Und der Stun! Dann! Er sitzt! Hahaha! Wir radieren die komplett aus! Hahaha! Wirklich! Und es ist das Feuer der Leidenschaft! Ja! Wir machen Dampf! Komm wir legen noch ein paar Kohlen nach! Tippers! Wisst ihr? Wegen Tippers glaube ich Meister habe ich einen neuen Namen für euch! Der... 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 Der Butzebär! Oh Gott! Hahaha! Habt ihr die Brille auf eigentlich? Oh pass auf! Ja natürlich! Hier ist ne Diana! Ich hab keinen Mana mehr! Achtung! Ich nehm grad meinen Trank! Komm wir warten hier hinter! Ja ja! Trank nehmen genau! Ulti hab ich auch! Ich starte mit dem Tibbers! Und damit... Du musst immer... Zusehen dass du erst Stunst und dann die Ulti machst! Du machst immer erst die Ulti! Versuch das erste Stun sitzt! Als klar! Am besten mit EQ! Dann kannst du auch den W sicher nachsetzen! Ne! Der ist ja immer ein bisschen schwierig zu treffen! Also EQ! Stun! Ne! Dann den W nach! Und dann kannst du Ulti! Genau! Als safe! Ja! LOL! Okay tschüss! What?! Da konnte ich meine Crew auch wieder nicht draufsetzen! Der ist geplatzt! Der ist einfach nur geplatzt! Heiße Luft! Der war... Der war fertig! Der war durch! Der hat keine Lust mehr! Der... Der deinstalliert das Spiel! So! Ich hab 4000 Gold! Hehehehe! Ich hab 2000! Immerhin! Please report all for the penis! Bitte! Ja! Das sag ich auch öfters! Hehehehe! Das war ein Eier! Hehehehe! Kein Penis! Deutschland braucht Eier! Ja! So! So! Jetzt gehen wir einfach Mitte durch! Ich geh jetzt Rabadon! Das ist scheißegal! Rabadon! Das ist... Das ist der Spirit! Jetzt mach mal! Jetzt... Äh... Was kann man noch sagen? Ähm... Wir legen nochmal nach oder was? Genau! Wir legen nochmal ne ganze Kohlenschicht drauf! Jawoll! Komm in Wallung! So! Drillanzünder legen wir jetzt ein! Das geht zu schnell! Ich hab noch so viele Kommentare! Ja ich auch! Aber... Dann hau raus! Wir laufen gerade! Okay! Ähm... Und ich brauch Farben! Der Defcon schreibt... Sehr geehrter Meister Schlitz! Das Schulministerium für die Liga der Legenden steht in einigen Bereichen ev... Event... Er sieht in einigen Bereichen eventuelle und sexuelle Verbesserungen der Spielweisen des Schülers Rumpel! Hier ist Warwick! Hier ist Warwick! Hier ist Warwick! Dann gib ihm! Hahahaha! Loll! Äh da... Wie wenig Schaden der mir gemacht hat! WUHE! Ja bitte! Da das Ministerium sowas sehr schätzt ist eine Erhöhung des Grads angebracht welche sie ihm geben dürfen! Also bisher habe ich nichts hier raushören können! Außer irgendwelche... Egal! Trotz der Beförderung sollte er Schüler bedenken! Er stehe auf dünnem Eis und sollte sich weiterhin Mühe geben! Was? Die Befehle des Meisters zu gehorchen! Um den Lotus zu wahren und zu beschützen! Mit sexuellen Grüßen Schulmeister De... Ah! Sexuelle Grüße sind gut! Ja! Immer gut! Die kriege ich allerdings nie schriftlich! Hahahaha! So! Ja! Hähem! Hähem! Ist auch besser so! Gehen wir durch, ne? Meister! Das ist für die Konstellation besser! Na klar! So! Auf den Tower! Auf den Tower! Fertig los! Auf den Tower! Oh! Der greift dich an! Warum schon wieder?! Weil da keine Minions waren! Doch! Da waren wohl Minions! Meine Minions! Verdammt Riot! Fix the fucking game! Das ist der Spirit! Verdammt Reto! So! Wir gehen jetzt durch! Wer kommt, wird zerberstet! Komm! Komm! Ich nehme den ersten, du den zweiten! Wir brauchen nicht mehr beide Rotationen für einen! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Lol! Der geht auch immer schön auf den... Der am meisten... So! Hoch! Na oben! Wir bewegen uns da oben! Wir rotieren! Wir rotieren wie der Döner! Und dann kommt die Hitze! Hier unten oder was? Ich könnte flash! Ja, ja, ja! Mach ich schon! Mach ich schon! Oh Gott! Aua! Okay, das war scheiße! Aber nicht von mir! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! So, wir können doch mal Kommentare lesen! Wir müssen das Spiel ja so ein bisschen in den Ring ziehen! Ja, das war Absicht! Ja! Ich muss mal ein Gewehr nachlegen hier! So! Ich habe noch einen sehr vernichtenden Kommentar! Den nehme ich mir auf! Einen vernichtenden gegen mich oder was? Vielleicht! Oh, was?! Der Schüler muss... Ne? Rangenommen werden! Weil wenn man... Das ist halt diese... Diese Pädagogik, dass man... Er zieht... Nicht durch Bestrafung, Sondern durch Leckerlis! Ja, das war Positives! Und ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, ich gebe zu viele Leckerlis! Was?! Da muss ich hier... Du verweichlichst mir! Moment mal! Da muss ich mir einen Kommentar raussuchen! Moment mal! Verweichlichst mir... Verweichlichst? Ja doch! Das ist richtig! Obwohl ich in der letzten Folge gesagt habe, der Schüler müsse seinem Meister mehr Respekt zeugen... Muss ich dieses Mal... Kritik am Meister üben! Schreibt die fettige Zwiebel! Wenn auch eine sehr kleine! Moment! Die Kritik am Meister! Ich finde, der Meister sollte seinen Schüler auch mal loben, wenn er ein gutes Play raushaut! Double Kill! Lobe mich! Ey! Andersrum! Der Meister braucht keinen Lob mehr! Ich habe gerade einen Double Kill gemacht! Ja und? Das kommt nicht von irgendwo! Haben wir so nötig oder was? Ja! So! Wo ist der Feind? Warte mal! Wo bist du überhaupt? Wo bist du überhaupt? Wo bist du überhaupt? Das ganze Spiel ist aber nur deshalb lustig, weil die Grad Celsius Zahl stimmt! So ist es! Schöne, schön bei 100 Grad kochen! Bei uns 1000 Grad! Oh, 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 oh! Da ist er ja! Den wir da haben! Den wir da haben! Komm her! Ich glaube untenrum... Wow! Wow! Der Tibbers hat die One-Shotted! Wow! Das habe ich da noch nie erlebt! Alter! Vater! Komm her Diana! Twitch ist halt so ein Squishy, ne? Ja! So ein netter ist! Guck mal, was der vom Tibbers hat! Ist ja der Wahnsinn! Kriegen wir den noch? Wenn der da rausgeht, der... Ja, 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 ja! Kriegen wir! Alles drauf! Einen weg! Einen weg! Zwei! Zwei weg! Jawoll! Oh! Das lodert! Das läuft hier! Ja! Brennt bei uns! Wir lassen nichts anbrennen! Trotzdem! Wow! Mein Kuhspeff! Der Schaden! Das ist der Tank! Schade! Schaden! 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 Wir machen den Inhibitor! Ja! Schön kross! Schön! Gut durch! Nein! Wie man sieht! Die Reißsäcke, die ich ständig meiner kleinen, hungrigen Schwester vom Mund abspare! Die haben sich voll gelohnt! Bewährt! Das Leid hat sich bewährt! Warte, wir trappen hier! Oh! Wir trappen! Mann! Eine Chinesische Falle! Eine Klabustobeeren Falle! Ich habe auch Ulti! Eine Klabustobeer Falle! Klabustobeeren Falle! Angriff! Ja? Okay. Ich habe keinen Flash, leider. Der Warwick hat, glaube ich, keine Lust mehr. Wir ignorieren ihn. Wir stellen uns wahren Feind. Wir ignorieren ihn. Wir stellen uns dem wahren Feind, zum Beispiel dem Squishy. Hallo! Okay, der ist schon tot. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff. Oh, lol. Da komme ich gar nicht hin. Gebraten am Spiel. Ja, aber echt. Oh, Mann. Nein, dann machen wir den Turm ja auch noch. Ich habe schon wieder 1500. Ich weiß gar nicht, was ich noch kaufen muss. Mir ist warm geworden. Ja, ich habe die Jacke auch schon ausgezogen. Ja. Ich sitze hier halbnackig. Ich habe ja keine Webcam. Heute nehmen wir übrigens aus der Sauna auf. Da kommt wieder jemand, der sterben möchte. Der braucht wieder. Der braucht wieder. Dem ist kalt. Oh, da ist der Tower. Wenig Schaden. Oh, der ist auch weg. Ich habe gerade leicht den Überblick verloren gehabt. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich gerade leicht den Überblick verloren. Na gut. Ich wollte ja auch noch was kaufen. Okay. Eventuell. Jetzt sind alle tot. Ne, stimmt gar nicht. Nur ich. Oh shit, der ging daneben. Oh, aber den kriegt er trotzdem. Weg mit dir. Das war sehr knapp, muss ich sagen. Das war, nein. Das war. Kalkuliert. Calculated. Genau, das war kalkuliertes Risiko. Calculated. Sagen die LCS-Spieler auch immer. Aber da bin ich ja schon drüber hinaus. So. Was kaufe ich denn? Ja, ich habe jetzt mit Relais angefangen. Relais. 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 Mit den Relais. Damit es nicht immer die Sicherung hier durchbrennt. Das ist hier noch echt voll gerade zack. Sicher als sicher. Bei dem Damage. Ich habe mir jetzt ein Relais angeholt. Oh, Shyvana schreibt, I carry. Guck mal, hier liegen die Baumstimme von Bart rum. Da ist der Bart. Oh, hier. Gib ihm. Ah. Da kommen wir durch. Echt, wie denn? Einfach draufklicken. Ja, ey, weiß ich doch. Gib ihm alles. Ja, tu ich ja. Schön. Abgefackelt. Angriff. Echt, wie denn? Angriff. Ja. Angriff. Angriff, ja. Angriff. Ich sehe keine Targets mehr. Oh, da oben. Ne, wir können. Oh, ja. Oh, oh. Da ist noch ein Target. Target das Target. Ihr kriegt. Du kriegst total viel Free Damage. Pssst. Jetzt sitzen alle wieder da. Oh, mit Heimwacht. Voll, die werden geslowed von Tibbers. Verbrannt. Ah, ich hab den gekriegt. Der stand in der Basis. Ja. Lol. Der stand in der Basis. Auf den Jacks fertig los. Ja, noch einen. Noch ein Kill. Schön. Sauber. Ich meine, ja, war okay. Was? Der Doppelkill gemacht gerade. Wollen wir noch weiter töten? Na gut, ja. Ja, easy. Warte, müssen wir jetzt noch einen All-Chat schreiben. Nein, das macht man nicht. Doch. Das ist die Loy-Mentalität. Damit erhitzt du nur die Gemüter. Nein, Rumpel. Ein bisschen Ego ist nicht schlecht. Ohne Ego kein Erfolg. So, Kinders. Hoffe, wir haben wieder... Warte, wir müssen noch in den Grafen gehen. Ach ja, kleinen Moment. Bis gleich. So, das war die Prüfung des Feuers. Schauen wir mal, was wir an Schaden gemacht haben. Die Feuertaufe. Die Feu... Ja, es wird immer besser. Boah, 24 Kills hast du gemacht. Schaden an Champions. What the fuck? What? Ich hab... Ich hab... Warte mal. 6, 12, 20... Ich hab mehr... Ich hab genauso viel Schaden, wie alle Gegner zusammen gemacht. Oh, Leute. Ja, muss ich... Ja. Ja. Aber wenn man sich so die Statistiken anguckt... 24, 23, 7, 3. Ne? Das war einfach... Nach nur 5 Prüfungen ist der Schüler wieder aufgestiegen. Was warst du nochmal? Lully warst du am Anfang? Dann warst du ein Bimbo? Ja, das bin ich jetzt. Jetzt bist du ein, ähm... Ja, ich, äh... Weiß... Jetzt bist du... Fifi wegen Feuer. Ja gut, so sei es. Nein, das war nur ein Fass. Rumpel ist jetzt Fifi. Was sind das für Klänge? Aus der... Aus der irdischen Welt. Das ist meine Feuer-Ukulele. Ja, Kinders. Ja, das war doch, äh... Angenehm so. Ich hoffe, wir haben wieder viel gelernt. Das war spaßig. Achso, hier noch das letzte Kommentar, was ich mir aufheben wollte. Von... Oh, Mann. Angels... Angels Book Art. Anscheinend macht er Bücher mit... Engels... Egal. Der Support hatte mehr Farben als Rumpel-XD. Ich war ja im Jungle. Ja, trotzdem. Ja, und der Support war einfach scheiße, weil der halt einfach... äh, gefarmt hat. Natürlich. Das hat er nicht verstanden, dass der... Rausreden gilt nicht. Schlecht war, sondern der... Der... Der verdammte... Äh, äh... Support war scheiße. Was? Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Wieso? Das stimmt doch. Das ist einfach nur Rausrederei. Hätte ich... Hätte ich... Was? Schäm dich. Schlinge. Vielleicht hätte ich auch mit auf die Bot-Längen gehen sollen und da auch noch ein paar Versailen töten. Ja, Farm ist das A und O. So, jetzt, äh, bitte. Wenn du noch unbedingt willst, hau einen raus. Hey, ich will nicht mehr. Gut. Dann muckel nicht rum jetzt. Wir haben heute viel erreicht, Rumpel. Morgen dann, äh, erobern wir den Olymp. Hau dir auf die Schnauze. Ne, mir? Ne, auf die Plauze wollte ich eigentlich sehen. Hau dir auf die Sch... Plauze. Sch... Plauze. Und halte einfach die Schnauze. So, alles klar, Kinders. Wir sehen uns schon, ne? Bis dann. Tschüss.